Hallo und herzlich willkommen zum Fach 20, Systeme. In diesem Modul schauen wir uns den Hauptrotor des Helikopters ein bisschen genauer an. Wenn wir die verschiedenen Rotortypen betrachten, dann sehen wir, dass die völlig unterschiedlich aufgestellt sind, dass unterschiedliche technische Konzepte dahinter stehen. Auf der linken Seite oben sehen wir einen Semi-Rigid Rotor eines Bell Jet Rangers. Dann haben wir ineinander greifende Rotorblätter eines Kamax, dann ein Starflex eines Equeroys auf der rechten Seite oben, unten auch ein Fully Articulated Rotor eines Chinook und dann unten rechts noch einmal ein in sich greifender Helikoptertyp des Kamax. Es gibt in dem Sinn zwei und mehr blättrige Rotoren. Wenn wir zwei Blätter haben, ist die Konstruktion ein bisschen einfacher. Wenn wir mehr blättrige Rotoren haben, dann haben wir eine komplexere Mechanik, aber mit den zusätzlichen Rotorblättern auch mehr Auftrieb. Das heisst, wir können mehr Auftrieb pro Umdrehung generieren. Und das ist gerade bei grösseren Lasten, wie wir das in der Mitte sehen, sehr zentral. Grundsätzlich ist der Rotor auf dem Rotormast aufgesetzt und der Rotormast ist mit dem Getriebe verbunden. Das heisst, die Turbine oder der Motor geht via Getriebe und Hauptrotormast auf den Rotorkopf und am Rotorkopf sind dann wiederum die Blätter angemacht. Was jetzt wichtig ist, dass wir hier einen drehenden Teil haben, der Rotorkopf, und einen stehenden Teil für die Steuerinputs. Das heisst, für die Inputs von der Zelle bis zur Swashplate, bis zur Taumelscheibe, dort ist das fix und dann nach oben dreht es. Das ist wiederum eine recht komplexe Konstruktion und mit durchschnittlichen 400 bis 450 Umdrehungen pro Minute ist das eine Konstruktion, die sehr grosse Kräfte aushalten muss. Wir sehen hier auf der rechten Seite unterschiedliche technische Systeme, wie das gelöst ist. Wenn wir uns nun einmal den Übergang, also die Taumelscheibe, auf Englisch die Swashplate anschauen, dann sehen wir, dass wir unten die Control Rods haben. Das sind die Steuerstangen, die vom Pilotensitz kommen. Wir haben dort ja das Cyclic, das Kollektiv. Diese zwei Steuer, die werden miteinander im Mixer kombiniert und dann drei Control Rods gehen nach oben und steuern dann den Rotor an. Das ist der stehende Teil, der Stationary Swashplate und dann haben wir obendrauf mit Kugellagern verbunden die Rotating Swashplate, der drehende Teil der Taumelscheibe und dort werden dann diese Steuerinputs an die Rotorblätter weitergegeben. Also so haben wir diese Kombination zwischen einem stehenden Teil und einem drehenden Teil. Konkret haben wir drei unterschiedliche Rotortypen, Rotorkopftypen. Der erste ist der Fully Articulated, der Vollartikulierte. Das heisst, dort können die Blätter in drei Richtungen sich bewegen. Und wir sehen hier die Konstruktion eines Fully Articulated Rotors. Wenn wir anschauen, haben wir gleich beim Rotorkopf selbst die Flapping Hinge. Das erlaubt die Bewegung des Blattes von oben nach unten. Dann haben wir weiter vorne die Drag Hinge. Das erlaubt die Bewegung des Blattes vor und zurück entlang der Drehungsebene. Und dann haben wir noch die Pitch Axis. Dort wird das Blatt unterschiedlich eingestellt. Das heisst, der Winkel, mit dem sich das Blatt durch die Luft bewegt, wird dort verändert. Und alle diese drei Bewegungen muss jeder Rotorkopf auf die eine oder andere Art und Weise abdecken können. Mit dem Fully Articulated Rotor hat man drei verschiedene Gelenke gewählt, die aneinander gekoppelt sind, die auch mit Dämpfern dann die Bewegungen und die Schwingungen reduzieren. Und man sieht hier auch, dass diese Art von Gelenk hier sehr grossen Aufwand im Unterhalt und in den Kontrollen durchführen kann. Der Vorteil ist aber, dass man eine x-beliebige Zahl von Blättern miteinander kombinieren kann. Man kann einen Fully Articulated Rotor für einen 5-7-blättigen Rotor konstruieren. Das Prinzip bleibt das gleiche. Auf der rechten Seite sehen wir den Starflex. Das ist ein spezielles System, das mit Elastomeren, mit Gummigelenken arbeitet und so bereits sehr grosse Schwingungen vorgängig dämpft. Hier nochmal die Bewegungen der Blätter. Auf der linken Seite haben wir das Lead Lag. Wenn das Blatt nach vorne läuft, dann indem es nach oben schlägt, das Flapping, beschleunigt sich das Blatt und es will sich schneller nach vorne bewegen. Und diese Bewegung muss mit einem Fully Articulated Rotor mit einem Gelenk abgedeckt werden. Das Blatt will nach oben schlagen, weil beim vorlaufenden Blatt die Geschwindigkeit höher ist. Und mit dem Flapping kann man den zusätzlich entstehenden Auftrieb kompensieren. Auf dem rücklaufenden Blatt schlägt das Blatt dann nach unten. Das sehen wir im Bild unten, einerseits das nach oben und nach unten schlagen. Und dann haben wir nochmal auf der rechten Seite nochmal eine Zeichnung des Gelenkes für Lead und Lag. Der Semi-Rigid Rotor im Gegensatz zum Fully Articulated hat nur zwei Gelenke. Das heisst, der halbstarre Semi-Rigid Rotor hat ein Gelenk, eine Teetering Hinge, das ist ganz in der Mitte. Und um dieses Gelenk kann der Rotor schlagen, die zwei Rotorblätter schlagen. Und dieses Gelenk nimmt diese Flapping-Bewegungen auf. Es hat ebenfalls ein Pitch-Link, das heisst, die Einstellung der Rotorblätter, die sind selbstverständlich gegeben. Aber Lead und Lag wird durch das Rotorblatt selbst aufgenommen und dafür hat es kein spezielles Gelenk. Wir sehen, die Konstruktion ist hier wesentlich einfacher. Mit einer Verbindung vom Rotormass zum Rotorkopf und den Blättern, das führt zu einer wesentlich einfacheren und günstigeren Konstruktion. Und auch der Unterhalt ist einfacher. Allerdings ist der Semi-Rigid Rotor anfällig für Low-G, das heisst, der Rotor muss permanent belastet sein, sonst kann ein Kontrollverlust entstehen. Das Semi-Rigid Rotor System ist sehr beliebt in verschiedenen Helikoptertypen. Wir sehen rechts den Huey, der eigentlich so ikonisch für den Durchbruch des Helikopters im Lufttransport steht. Dieser Helikopter wurde in sehr grossen Zahlen hergestellt. Und zusammen mit dem Jet Ranger hat er die Ausbreitung des Helikopters auch in der zivilen Luftfahrt ermöglicht. Die letzte Variante ist das Rigid Rotor System. Dort haben wir einen starren Rotorkopf. Wir haben lediglich den Pitch, der eingestellt wird durch ein Gelenk. Und Lead und Lag sowie das Flapping wird durch das Blatt aufgenommen. Das heisst, das Blatt muss diese Kräfte selbst aufnehmen. Diese Art von Rotor ist sehr schnell in der Reaktion. Das heisst, man kann eine sehr feine Steuerführung hier durchführen. Sehr direkte Steuerung. Allerdings ist es ein sehr aufwendig zu konstruierendes Teil. Sehr starke Materialien sind dafür notwendig. Das führt dazu, dass die Konstruktionskosten sehr hoch sind. Allerdings ist der Unterhalt dann sozusagen null, weil man sehr wenig zu kontrollierende Elemente hat. Schliessendlich ist es aber so, dass bei diesem Rotor dann eben auch die Blätter immer wieder kontrolliert werden müssen und ganz speziell hergestellt sein müssen, damit sie diese Kräfte überhaupt aufnehmen können. Typische Vertreter des Rigid Rotor Systems sind der BO 107 und der EC 135. Wenn wir jetzt die Rotorblätter anschauen, dann sehen wir, dass diese Blätter, die sind sehr, sehr dünn, sehr grosse Kräfte aushalten müssen. Das heisst, dort kommen moderne Werkstoffe wie Stahl, Titan, Leichtmetall und Faserverbundstoffe zur Anwendung. Früher wurde noch Holz verwendet, aber allerdings ist das heutzutage eigentlich immer weniger ein Thema. Das heisst, wenn die Rotorblätter sauber konstruiert sind, dann müssen sie gewaltige Kräfte aufnehmen und möglichst wartungsfrei sein. Ein Rotorblatt selbst ist entlang seines Profiles sehr unterschiedlich konstruiert. Wir sehen auf der rechten Seite einen Schnitt durch das Rotorblatt. Wir sehen, beim Punkt A haben wir einen relativ grossen Winkel, der sich dann verflacht. Einerseits wird der Winkel zur Rotordrehebene flacher und andererseits ändert sich auch das Profil und die Dicke. Und ein solches Rotorblatt zu konstruieren, ist sehr, sehr aufwendig und sehr, sehr komplex. Und auch heute noch ist die Konstruktionsweise, die Methodik, wie ein Rotorblatt gebaut wird, eines der grossen Geheimnisse der Helikopterhersteller. Das ist so das Betriebsgeheimnis, könnte man sagen. Das Rotorblatt, wenn es an der Spitze sich dreht, dann hat es eine viel höhere Geschwindigkeit. Und das Ziel ist, dass man den Auftrieb entlang des Rotorblatts möglichst gleich hält. Das heisst, man möchte keine grossen Kräfte an der Blattspitze haben und daher muss dieses Rotorblatt so konstruiert sein. Manche Rotoren sind mit Dehnungsmessstreifen ausgestattet, bei denen die Belastung im Betrieb gemessen wird, damit man frühzeitig Ermüdungserscheinungen erkennen kann und allenfalls das Rotorblatt auch austauschen kann. Hier sehen wir die Bauweise eines typischen Rotorblattes. Wir haben eine Spitze aus Stahl, eine Stahlkappe und dann einen hinteren Teil aus entweder Kunststoffschaum oder einem Bienenwabengewebe, eine Honeycomb Core. Diese gibt dem Profil die Form und der Schutz dieses Sandwiches wird durch zwei Stahlblätter oder dünne Aluminiumbleche gewährleistet. Gut, das waren die wichtigsten Elemente zum Hauptrotor und zu den Rotorblättern. Mehr zum Heckrotor im nächsten Modul. Mehr zum Heckrotor im nächsten Modul.